Hallo, alle zusammen. In diesem Video werden die Produkte gezeigt, die im Spooky2Centro ein Generator Kit enthalten sind. Bitte überprüfen Sie jedes Produkt anhand der Paketliste. Und stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen. Schauen wir uns nun die Details des Spooky2Centro ein Generator Kits an. Zunächst einmal finden Sie eine Spooky2Centro Haupteinheit mit dem dazugehörigen Netzteil. Es gibt zwei Typen von Spooky2 Plasmaröhren. Spooky2 Phanodron Plasmaröhre und Spooky2 Gerade Plasmaröhre. Und es gibt drei Kaufoptionen für diesen Kit auf unserer Spooky2 Deutschland Website. Je nach Ihrer Bestellung erhalten Sie die entsprechende Plasmaröhre. Option 1 Spooky2 Phanodron Plasmaröhre. Option 2 Spooky2 Gerade Plasmaröhre. Option 3 Spooky2 Phanodron Plasmaröhre und Spooky2 Gerade Plasmaröhre. Für die Spooky2 Phanodron Plasmaröhre bereiten wir auch eine Phanodron Röhrenabdeckung vor, damit Sie sie benutzen können, um das Flackern der Lichter zu vermeiden. Sie erhalten außerdem einen Spooky2 XM Generator, ein USB-Kabel und einen 5-Volt-Netzadapter. Es gibt ein USB-Filterkabel und zwei BNC-Filterkabel, die speziell für den Anschluss von Generatoren an Spooky2 Central entwickelt wurden. Es gibt einen Spooky2 Ultrasonic und einen Ultrasonic Transmitter. Verwenden Sie diese nur mit Spooky2 Central. Und es gibt ein 3,5 Millimeter Audio zu BNC-Kabel. Verwenden Sie es zum Anschluss an das TENS-Kabel für den Kontaktmodus. Dies ist eine Spooky2 Central PEMF-Spule mit einem angeschlossenen PEMF-Adapter. Sie erhalten außerdem einen zusätzlichen Beutel mit Spooky2 TENS-Parts, der sechs Paar TENS-Parts enthält. Vielen Dank fürs Zuschauen!